hallo freunde ist ein youtube sports grüße euch das small talk ja ich habe zwar jetzt habe ich noch gar nicht das anbuchs ja noch gar nicht gemacht muss ich doch kacke gefilterter sein deswegen konnte ich das gar nicht erwähnen aber ich habe eine webcam damit könnte ich das video auch machen aber ich denke mal so kommt das wie echter oder was wollte ich denn sagen ja thema community ihr kennt ja mein letztes video wo ich gesagt habe ja ich bin mega enttäuscht und so weiter ich selber behandle youtube als hobby ja und verlangen von den anderen das aber mehr machen die in dem punkt waren sie hier in dem punkt gehen sie mit ihrem kanal ja auch als hobby um haben wir uns dann nicht nachgedacht nehmen sie zu diesem thema recht hier mal ein end schuldigung an alle die sich angesprochen gefühlten oder alle die denken da hat er nicht mehr an oder dreht er jetzt vor dem rad oder so ein fettes merci ein fettes sorry einer also ich habe im moment so ein bisschen so weg die phase ein bisschen baller baller oder so keine ahnung auf jeden fall wenn das fenster aufmacht im heizung unterdrehen und ja viel mehr habe ich jetzt dazu eigentlich nicht mehr zu sagen hat er gestern schon da kalt hat spaß gemacht aber dazu gibt es noch ein video nicht jetzt wo ich muss noch fertig machen und so und ja also ich immer da ist mal recht herzlich schon dank fürs anschauen und ich würde sagen bis zum nächsten mal schau mit vau